Hallo Freunde, herzlich willkommen zu Autismus Kompakt, dem Podcast mit Timo Warnholz zum Thema der Autismus Spektrumstörung. In diesem Podcast möchte ich euch einfach und unkompliziert erklären, wie Autismus funktioniert mit allen Symptomen und Verhaltensweisen und was noch dazu gehört. Wir werden uns in jeder Folge mit einer speziellen Frage beschäftigen und uns diese anhand von fachlichen Hintergründen, aber auch von vielen Beispielen aus der Praxis erklären. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass ihr hier seid und deswegen legen wir jetzt auch einfach mal los. Ja und das wollen wir hiermit auch mal tun und das heutige Thema lautet, was passiert bei einer Reizüberflutung? Und das ist ja ein Thema, das für autistische Menschen schon auch eine relativ starke Relevanz hat, denn wir sind ja durchgehend von starken Reizen umgeben und aus diesem Grund ist es auch wichtig, da einmal drüber zu sprechen, wie sich diese Reize verhalten und was es hier zu beachten gibt und warum vor allen Dingen Menschen mit Autismus so stark auf viele Reize reagieren. Das wollen wir uns heute mal angucken. Ja und wir beginnen mal ganz grundsätzlich mit der Frage, was für Reize können das wohl sein, die hier jetzt so Betroffenen so zu schaffen machen? Und die Antwort darauf lautet, es können alle Reize sein, also sowohl auditive, die über die Ohren kommen, als auch visuelle über die Augen oder tactile über die Haut, olfaktorische über die Nase, gustatorische über die Geschmacksnerven. Und ja, das bedeutet ein ganz bunter Blumenstrauß von Reizen und die Grundproblematik hier in diesem Bereich ist, dass autistische Menschen ja sehr schwer dazu in der Lage sind, solche Reize zu filtern. Das bedeutet, sie sind nicht in der Lage, sich auf bestimmte Reize zu fokussieren oder vor allen Dingen müsste man sagen, das Gehirn ist nicht dazu in der Lage, denn autistische Menschen wollen durchaus Reize gerne filtern. Das heißt, sie sind ja auch sehr damit beschäftigt und es gibt einen großen Leidensdruck teilweise, was diese Reizüberflutung angeht. Und grundsätzlich ist es aber so, dass ein autistisches Gehirn schwer dazu in der Lage ist, Reize dieser Art oder grundsätzlich Reize zu filtern. Das bedeutet, sie prasseln alle gleichzeitig auf das Gehirn ein und das bedeutet zum Beispiel, dass für autistische Menschen ganz viele Geräusche gleich laut sind. Das bedeutet, wenn wir jetzt mal überlegen, welche Geräusche in so einem Raum vorkommen, das sind einmal die Menschen, die verbale Äußerungen treffen, die sich unterhalten. Dann gibt es Menschen, die durch die Gegend rennen und die machen auch Geräusche. Die Schuhe machen Geräusche, das Laufen macht Geräusche, das Gehen vor dem Fenster sitzt vielleicht ein Vogel, der Geräusche macht oder stürmt draußen. Es gibt elektrische Geräte, die ein leichtes Piepen oder ähnliches von sich geben und all diese Reize sind schwierig unter Kontrolle zu bekommen für Menschen aus dem Autismus Spektrum. So und je höher diese Reizbelastung ist, also je mehr Reize vertreten sind in einem Raum. Also wenn zum Beispiel, nehmen wir mal den Kontext Schule oder Kita, dann gibt es ja durchaus Situationen, wo 20 oder 15 Kinder in einem Raum sind oder junge Erwachsene und dann läuft vielleicht sogar noch ein Radio. Draußen ist viel los oder die Handwerker sind im Raum nebenan und schon wird es immer mehr und potenziert sich immer mehr dieser Druck, dieser ganzen Wahrnehmungsreize, die auf die entsprechende Person einschlagen, prügeln könnte man fast sagen. Und irgendwann beginnt dann die Person, die sich dadurch so belastet fühlt, in eine Gegenreaktion oder eine Kompensationsreaktion zu gehen. Nämlich bei autistischen Menschen bedeutet das ganz oft, dass sie sich über Stereotype, Verhaltensweisen und sich wiederholende Verhaltensweisen versuchen emotional zu regulieren. Das nennt man auch Stimming, das ist auch ein sehr, sehr oft genutzter Begriff dafür. Und sobald irgendwann diese Reize zu stark werden, kommt das Ganze weiter an den sogenannten Melting Point. Und das ist der Punkt, den man am besten nicht überschreiten sollte. Und sobald der betroffene Mensch das Gefühl hat, jetzt wird es langsam ernst, setzt erstmal aktiv wahrscheinlich das Stimming ein. Also es wird erstmal eine regulierende Bewegung oder ein vor sich hingesprochener Text oder ähnliches vor sich her gesagt und eingesetzt. Und sollte die Person schon so überfordert sein mit dem Umfeld, dann kann es durchaus sein, dass diese Stereotypenverhaltensweisen auch automatisch per Autopilot einsetzen. Das ist nämlich die besondere Kraft dieser Stereotypenverhaltensweisen, dass sie auch ohne bewusst eingesetzt zu werden funktionieren. So und im Optimalfall ist die Person jetzt in der Lage, sich durch diese Tätigkeiten so oder diese Bewegung zum Beispiel so runter zu regulieren, dass sie den Raum verlassen kann und in einen ruhigeren Raum gehen kann. Das wäre Möglichkeit Nummer eins. Und die andere Möglichkeit wäre, sie kann sich vielleicht sogar so stark regulieren, bis die Person, die das vielleicht noch mitbekommen hat in dem Raum, die ganzen Wahrnehmungsreize ein bisschen runtergepegelt hat. Zum Beispiel, wenn jemand eine autistische Person gut kennt, dann würde er vielleicht auf die Idee kommen, das Radio auszumachen oder vielleicht auch die Fenster zu schließen. Da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Aber wenn das nicht mehr ausreicht und die Reize immer noch stärker werden und vielleicht sogar noch neue dazukommen, und wir müssen bedenken, dass ja alle Reizapparate, es kann ja der Geruch und der Geschmacksinn ebenfalls gleichzeitig betroffen sein, zu den Geräuschen und den ganzen visuellen Reizen in diesem Raum passieren, dann könnte es sein, dass es zu viel wird. Und dann können betroffene Personen in einen sogenannten Meltdown rutschen. Und das sieht dann erstmal verräterisch aus wie ein Wutanfall. Aber das ist es überhaupt gar nicht, sondern bei einem Meltdown handelt es sich um eine absolute Äußerung von Panik und von Überforderung. Das heißt, die Person ist vollkommen überfordert und verzweifelt. Und deswegen kann es sein, dass sie anfängt zu schreien oder vielleicht auch jemanden zu schubsen oder irgendwie um sich beißt oder kneift, wenn das jetzt, das wäre für Kinder jetzt noch ein bisschen üblicher. Und dann wäre es ganz wichtig, als Gegenreaktion diese Reize wieder runter zu regulieren. Das bedeutet, in dem Moment, wo ein autistischer Mensch anfängt zu schreien und um sich zu hauen, stimmt etwas ganz klar nicht. Dann ist nämlich dieser Punkt überschritten und dann ist es dringend an der Zeit, dass man die Person da entlastet. Und das geht natürlich in der Regel nur, indem man die Reize vermindert. Und was nicht getan werden sollte, wäre, die Person dann anzufassen oder anzusprechen, weil das wären ja noch mehr Reize, die auf die Person einprasseln. Und dementsprechend macht es eigentlich am meisten Sinn, das Umfeld zu reinigen. Reinigen, also was Wahrnehmung angeht, Fenster zu, Personen vielleicht auch aus dem Raum herausholen, damit es weniger Menschen gibt, die da unterwegs sind. Das sind die einzelnen Möglichkeiten, die man so betreiben kann. Was ist, wenn das nicht passiert? Also wenn das mit den Reizen noch schlimmer wird, dann kann die Person in einen sogenannten Shutdown rutschen. Und Shutdown bedeutet dann, dass die Person vollkommen abwesend vielleicht sich auf den Boden setzt, gar nicht mehr ansprechbar ist und gar nicht gefühlt am Umfeld, an der Umwelt beteiligt ist. Und das ist dann schon eine ziemlich schwierige Situation, denn diese kann auch Stunden, Tage oder vielleicht auch mal ein, zwei Wochen andauern, bis die Person es schaffen, da wieder rauszukommen. Dementsprechend ist es ganz wichtig, immer sensibel darauf zu achten, wenn man Menschen mit Autismus in seinem Umfeld hat, dass sobald diese anfangen, bei einem lauten oder bei einer starken Reizkulisse ein Stimming einzusetzen, also Stereotype, Verhaltensweisen, also irgendwas Regulierendes mit ihrem Körper zu machen, dann ist es höchste Eisenbahn, diese Reize runterzufahren und alles so weit aus dem Raum zu nehmen, wie gesagt, die Reize runterfiltern. Das wäre jetzt die Möglichkeit, um dieser Person etwas zu helfen. Ja, und ich hoffe jetzt, dass alle Menschen, die regelmäßig im Umfeld Autismus unterwegs sind, dazu jetzt auch eine Idee entwickelt haben und in Zukunft wissen, dass sie sich am besten so verhalten, wie wir es gerade besprochen haben. Und dann geht es auch betroffene Personen durchaus besser im sozialen Gefüge und in dem Umfeld, in dem sie sich bewegen. Und das ist ja das, was wir eigentlich wollen. So, und das war es jetzt für heute. Und ich möchte mich herzlich bei euch bedanken, dass ihr zugehört habt. Das hat mich sehr gefreut und besucht mich gerne auch in sozialen Netzwerken, zum Beispiel bei Facebook oder auf Instagram. Oder abonniert einfach meinen YouTube-Kanal, wo ich euch auch einmal wöchentlich ein Video zum Thema Autismus-Spektrumstörung präsentiere. Und lasst dort gerne ein Abo da, genau wie hier natürlich auch. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.